ich möchte gerne dem video auf einen kommentar eingehen der hinter meinem letzten video gepostet wurde ob ich jetzt mal etwas zur sicherheit bei ftx ja zeigen könnte sein könnte deswegen das will ich jetzt auch und zwar gehen wir dafür in unseren account hier oben gehen wir auf das zahnrädchen dort gehen wir auf settings oder auf deutsch haben dann die einstellungen dann kommen wir jetzt zu dieser auflistung von dingen und hier gibt es folgendes zu beachten also klar unsere e mail muss bestätigt sein das passwort das haben wir alles klar gemacht zur registrierung worauf es jetzt ankommt ist der dritte punkt hier die zwei faktor authentifizierung da dürfte man wahrscheinlich oder sehr viele dürften da wahrscheinlich noch das handy registriert haben beziehungsweise eine handynummer und das ist ja dann dafür da wenn man auszahlungen macht oder transfers dass man dann eine sms ans handy geschickt kriegt und dann einen code hat sechs stelligen den gibt man ein und dann ist das dann sicher dann kann man damit seine bestätigung ausgeben und damit geht es dann alles über die bühne ganz sicher könnte man meinen jetzt haben wir das problem dass man da nicht sicher ist dass die handynummer kann ganz leicht gehackt werden also wenn jemand zugang zum e mail account hat oder sich dass er hackt was ja durchaus machbar ist und die handynummer noch bekommt und auch dann aus dem deutschsprachigen raum kommt dann kann man dort bei der telefongesellschaft einfach neue sim karte anfordern wenn man das gut genug vortäuschen kann und ich denke einige hacker können das und dann kriegen die neue sim karte mit eurer nummer oder eine neue nummer dann auf jeden fall dann verknüpft hierzu und schwuppdiwupps sind dann eure fans nicht mehr sicher sprich man hat die permanente gefahr dass jemand den account hackt deswegen wollen wir auf jeden fall hier auf switch to factor authentication method gehen und dann wollen wir einen ja wechsel machen und zwar wählen wir dafür den ort die authentikator oder google authentikator das sind zwei apps beziehungsweise wir brauchen nur eine davon also ich nehme google authentikator zum beispiel und ja wir bekommen damit wir hier draufklicken dann ein qr code gezeigt diesen qr code müssen wir mit dieser app abscannen und dann hat sich alles schon erledigt dort erscheinen dann immer auch solche codes die wir vorher per sms bekommen haben im 30 sekunden takt das geht auch wenn das handy nicht im internet ist es geht halt offline und dann bekommen diese codes und die benutzen wir dann um transaktionen zu bestätigen das heißt die kann kein hacker abfangen so leicht ja nicht so leicht wie mit der nummer da die wir hatten genau also sehr wichtig das schöne bei ftx ist sobald wir hier switchen was ich jetzt nicht mache weil ich habe ja auch sind die kater an dann scheint das system automatisch die sms bestätigung aus das heißt man muss da nichts mehr machen das ist gut man könnte zusätzlich noch eine third party authentication hinzunehmen ja und das ging dann zum beispiel über google dass man sich noch zusätzlich darüber absichert mache ich persönlich nicht man sagt ja so schön im crypto bereich not your keys not your coins und je mehr wir an unseren eigenen daten andere wieder abgeben dass weniger haben wir die sachen selbst dann das heißt deswegen mache ich das hier nicht was auch noch sehr gut ist der nächste punkt das ist der hier ist password das ist eine ganz gute sache haben wenn zusätzliches passwort das ist was anderes ist das hier oben da können wir zusätzlich unsere fans nochmal sichern indem man halt zu jeder auszahlung dann noch mal zusätzlich passwort eingeben muss genau dann das lässt auch super leicht einrichten da kann man dann hier einfach etwas zufügen das war es dann muss noch nicht mehr bestätigt werden das ist ganz praktisch dann gibt es mit whitelist die whitelist wenn ich weiß was das ist das ist eine liste all derjenigen adressen zu der crypto währung geschickt werden dürfen sprich ich habe es jetzt ausgeschaltet gerade wobei es eigentlich an habe es ist nur so sobald das an ist darf man fans nur dahin schicken also zu denjenigen adressen schicken die auf der whitelist verzeichnet sind sprich wenn ich jetzt zu meinen besten freunden crypto währung schicken will nur als beispiel da muss ich deren adressen hier einfügen auf der whitelist und dann sind deren adressen für einen tag gesperrt da kann ich da nichts schicken und nach einem tag ist das dann frei dann kann ich dorthin problemlos das schicken das geht dann immer so lange bis es ausschalten hat den klaren vorteil sollte jemand den account hacken sollte jemand reinkommen kann die person sich nicht selbst das geld raus überweisen die person müsste erst selbst sich auf die whitelist fügen und müsste dann erst mal einen tag warten zweiter punkt sobald man eine adresse auf die whitelist setzt muss man erst die bestätigung per e mail geben plus in dem besten fall hier mit dem authenticator mit dem authenticator den ihr dann aber in der app auf dem handy habt spricht das kann der hacker gar nicht machen deswegen ganz wichtig das zu machen genau sichert eure fans jockeys your coins und dementsprechend das war es auch schon und wenn ihr weitere anmerkungen und anregungen habt fragen gerne weiter fragen zu ftx möchte ich gerne noch ein paar sachen zeigen und dann danach gerne mir die nächste börse vornehmen